hallo ihr lieben jetzt ist es schon einige zeit her dass ich mich gemeldet habe mein name ist elvira schmidt ich bin teil der expedition holz ihr kennt mich normalerweise von meinen bildern die ich auf holz und holzfundstücken male ich bin mit matthias schneider unterwegs der auch mein mann ist und bildhauer ist um ausstellungen zu machen und darum ist es jetzt etwas ungewöhnlich was ich euch hier jetzt anbiete als sommeraktion aber mich reitet die sache so sehr und es hat mich irgendwie so ergriffen dass ich gedacht habe ich möchte und ich muss da jetzt mal was machen und zwar habe ich vor einiger zeit gedacht ich möchte gerne die deutsche schrift lernen also allgemein hin kennt man sie als sütterlin es gibt kochbücher und auch briefe vielleicht von euren großeltern die noch in dieser schrift geschrieben sind und auch briefe in antiquariaten findet man immer wieder und ich hatte das wirklich schon jahre auf meiner agenda dass ich diese schrift mal lernen möchte ja und bei allem was krone auch schlechtes gebracht hat hat es mir die Zeit gebracht tatsächlich mich darum zu kümmern und das zu lernen also ich bin noch dabei denn so einfach ist es auch nicht also das heißt es ist machbar aber wie alles braucht es Übung und ich habe dann recherchiert und habe dieses Buch gefunden also das ist ein übungsheft mit dem man sich das tatsächlich selber beibringen kann ja und seit ein paar wochen sitze ich eben immer wieder dran und übe das und bin zunehmend begeistert und denke eigentlich ist es so so schade dass dieses kultur gut verloren geht immer mehr es gibt zwar noch einige gruppen dass ich was dafür machen möchte und das tue ich jetzt ich will auch ein bisschen meine dankbarkeit zum ausdruck bringen dass corona doch uns nur gestreift hat bisher und dass man auch seinen blick auf die guten sachen oder die interessanten sachen im leben einfach immer wieder richten muss oder sollte weil dann hat man einfach den größten gewinn denke ich und deshalb um es kurz zu machen was ich schon wieder nicht schaffe starte ich eine sommeraktion und zwar jeder und jede von euch die so ein heft haben wollen ich poste auch noch mal ein foto wo die übungen und alles zu sehen sind so ein übungsheft der kann sich bei mir melden mir eine mail schicken und bekommt das dann von mir zugeschickt und das ganze läuft so ihr könnt wenn ihr wollt was spenden wenn nicht dann tut ihr das einfach nicht denn mir ist es einfach so ein anliegen diese handschriftliche kultur dieses kultur gut zu erhalten und ich möchte jetzt wirklich einfach mal ein bisschen pushen und wer möchte kann sich noch eine postkarte die von mir selber entworfen ist und wo auch mit sütterlin sommergrüße draufsteht dazu schicken lassen entweder ein blanco oder wenn er möchte auch mit grüßen von mir die ich drauf schreibe man kann das natürlich auch für einen freund für eine freundin irgendwie sich machen lassen das ist ein original und habe ich heute vormittag einige gemacht und auch das auf spenden basis ich stelle das ganze noch auf facebook auf instagram und auch auf unsere homepage da könnt ihr da näheres erfahren und ehrlich gesagt mir ist auch ein bisschen mulmig was da jetzt kommt denn ich habe zwar einige exemplare bestellt aber ich glaube ich werde gleich noch mal welche bestellen und ich schaue einfach mal ja was da jetzt für eine resonanz kommt und ich würde diese aktion erstmal begrenzen bis mitte september ich bin gespannt ich würde mich total freuen ein paar fans zu finden ein paar freaks die da anfangen zu lernen und zu schreiben und vielleicht entsteht auch irgendwas wo wir uns gegenseitig immer mal wieder postkarten schreiben keine ahnung ich fände es hammermäßig super und ich hoffe die ja oder die eine oder andere sind dabei ganz liebe grüße und ja euch noch einen schönen sommer ich freue mich auf rückmeldung servus